Teddybär-Aufgabe bei Weeping Muts Da muss man einfach nur tanzen, dann bekommt man 50.000 EP wieder Ja genau, das wollte ich euch noch zeigen Und zwar gab es ja hier oben dieses Gebäude Man muss einfach hier nach unten gehen Und hier unten sind die Bären und die Zwerge Man kann die auch nicht kaputt machen, da hat der mal... Hä? Machen die da einfach einen Verdrag oder so, denn er hat nur die Notizen Damit ich sich jetzt einwachen kann Denn jetzt hält das überhaupt kein Knopf Wie hier beim Pilz Ja, das ist richtig, ich will es einfach nur Einen Tanzanspiel, ich mach zum Beispiel dann mal Wofenstille gefeiert Und hier hat sich der eine ein bisschen viel Hunde genommen Oder ist sich da reingestellt Man kann auch nichts kaputt machen, wie ihr seht, wenn ich jetzt da runtergehe Ich habe 15.000 EP bekommen Ihr könnt das gerne heute auch machen Ähm, genau Und dann will ich sagen, könnt ihr gerne noch meinen Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt Ich bin road to 180 Abos Und wenn du schon mich abonniert hast und die Glocke noch nicht gemacht hast Ähm, genau, dann habt ihr wieder auch die Glocke, wenn du nie wieder was verpassen willst Mit der Glocke verpassen wir nämlich nie wieder etwas Nun gut Freunde, das war's mit dem kleinen fröhlichen Infovideo Ihr seht hier auch Der Frieden Der Frieden zwischen Bergen und Bergen gefeiert Sehr Freunde, ich würde sagen, das war's mit diesem Infovideo Und gerne können auch noch hier können, weil ihr könnt sich hier Ciao, ciao